Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PCCheck zu einem neuen Video. Heute haben wir mal wieder Mivcom und zwar mit dem Get On My Level Edition RTX 4070 für 2699 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP-CDK-Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellung, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Dieses System wurde mir wie immer vorgeschlagen im Discord, in diesem Fall von der Gru und zwar hat er zwei Stück reingepostet. Wir nehmen jetzt einfach mal die 4070er und die schauen wir uns jetzt an. Schauen wir uns wie immer erst das Produktbild an, obwohl Mivcom natürlich sagt Produktbilder können optionale Komponenten enthalten, passt es eigentlich soweit. Die Wasserkühlung hat sogar hierbei ein Display hier auf dem Bild nicht, das heißt die haben noch so ein bisschen ein Understatement, aber das ist ganz grob schon die richtige Richtung. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwelche Lüfter hier drin verbaut sind, die so nicht drin wären, das passt soweit schon. Starten wir auch direkt mit dem Gehäuse, das ist das Lian Li O11 Dynamic Evo Schwarz Glasfenster. Das hatten wir schon sehr, sehr häufig, ist scheinbar immer noch beliebt, weil der Preis auch immer noch so stabil ist. Sieht aus wie ein Aquarium, sagen die meisten, oder ist auch ausgelutscht. Klar, wir haben es auch selber hier im Haushalt, ist das Lian Li AUG XL in dem Fall, hier ist es jetzt das kleinere, aber es hat halt einen guten Airflow und sieht schön aus, ja, muss jeder selber entscheiden. Ist auf jeden Fall ein gutes Case. Und das kostet 177,43 Euro bei Mindfactory. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 7 7700X. Er hat also schon den neuen AM5 Sockel, 8 Kerne, 16 Threads, 105 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR5 5200 MTS. Den könnt ihr auch schneller betreiben mit 5600 oder 6000 MTS, überhaupt kein Thema. Ich finde das immer noch ein bisschen fehlt am Platz vom Preis her, weil der Prozessor, der ist 50 Euro günstiger als ein 7800 X3D, aber ein 7800 X3D hat halt deutlich mehr Leistung. Der ist jetzt nicht schlecht, der passt ja auch zu diesem System, aber ich persönlich würde diese 50 Euro einfach noch in die Hand nehmen und dann einfach den stärkeren Prozessor nehmen. Trotzdem könnt ihr natürlich mit dem Streamen und Zocken, das ist überhaupt kein Problem, aber es gibt halt was Besseres für einen vergleichbar geringen Aufpreis. Und der kostet 336,95 Euro bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein Gigabyte B650 AOS Elite AX. Der B650 Schiffsatz reicht völlig aus für diesen Prozessor, würde auch für einen 7800 X3D ausreichen. Wir haben hier natürlich auch schon den neuen AM5 Sockel, das heißt ihr seid die nächsten Jahre auf jeden Fall gut gerüstet, falls ihr mal irgendwie aufrüsten wollt mit besseren Prozessoren, weil AMD, meine ich, bis 2025 diesen Sockel garantiert hat, wenn sie neue Prozessoren rausbringt. Ansonsten haben wir hier gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann eine SSD verbaut werden, hier können noch zwei weitere SSDs verbaut werden, hier kommt die Grafikkarte rein, ihr habt noch zwei Erweiterungsslots für eine Capture Card und ähnliches, das passt soweit. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer und Line-In, Netzwerkanschluss, zweimal USB 3.1, fünfmal USB 3.0, USB Typ C ist auch mit am Start, viermal USB 2.0, dann die Onboard Grafik, also HDMI und Displayport, könntet ihr theoretisch benutzen, lasst es einfach, nehmt die Grafikkarte und dann haben wir hier noch die Onboard Antennenanschlüsse für WLAN und Bluetooth. Ist ein grundsolides Board, hätte ich sehr wahrscheinlich auch genommen, meistens nehme ich entweder das oder ich nehme irgendwie das Tomahawk oder so, das passt soweit schon. Und das kostet 232,90 Euro bei Alza.de. Die Grafikkarte ist eine NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB, Gigabyte Gaming OC. Also ihr wisst auf jeden Fall, was ihr bekommt. Die 4070, ja, ist eine gute Karte für WQHD Gaming, ja, also 4K kommt immer auf die Titel an, klar, eSports-Titel läuft, alles super, WQHD sollten die meisten AAA-Titel auch laufen. Natürlich gibt es noch deutlich bessere Karten, 4070 Ti, 4080, 4090, AMD hat auch noch ein paar, aber das ist soweit schon in Ordnung. Ich zeige euch ja aber gleich noch eine Alternative, wo eine 4070 Ti drin ist. Den FPS-Test dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und die kostet 677 Euro beim Einfactory. Der Arbeitsspeicher sind 32GB DDR5 5600 Vengeance RGB. Also erstmal 32GB sind okay. 5600 MTS, ja, ist schneller als das, was AMD selber sagt mit 5200. 6000 hätte mir einfach besser gefallen, gerade in diesem Preissegment. Diese CL36, die ich jetzt hier rausgesucht habe, kann ich nicht eins zu eins nachvollziehen. Also Mifcom schreibt da nichts dabei, kann aber halt reinwandeln, deswegen nehme ich den jetzt. Das ist jetzt nicht sonderlich schlimm. CL32 oder CL30 hätte mir aber auch deutlich besser gefallen. Gibt es auch von Corsair. Dennoch, soweit nicht schlecht, es geht halt besser, aber die haben jetzt auch keinen Schrott rausgesucht. Ihr habt auch noch ein bisschen RGB-Beleuchtung, das ganze System ist sowieso so ein bisschen auf Corsair ausgelegt, wegen der IQ-Steuerung und ähnliches, genauso wie die Wasserkühlung und so. Kommen wir aber gleich noch zu. Und der kostet 119,89 Euro bei MyFactory. Die SSD ist eine 2TB Corsair MP600GS. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 4800 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 4500 MB die Sekunde und ist TLC-Speicher von Micron. Das ist soweit okay. 2TB im System völlig in Ordnung, die Geschwindigkeit reicht für den normalen Gamer auch. Es gibt aber auch noch bessere SSDs, die deutlich schneller sind für den gleichen Preispunkt. Aber wie schon eben gesagt, die beziehen sich hier sehr stark auf Corsair, warum auch immer. Aber ansonsten habe ich da jetzt nicht großartig irgendwas zu meckern. Und die kostet 99,99 Euro bei Amazon. Das Netzteil ist ein 850 Watt Corsair RME 80 Plus Gold Kabelmanagement. Wenn wir dann noch ein bisschen tiefer graben in der genauen Aufstellung, das ist das 2023er RME 850E 850 Watt ATX 3.0. Das ATX 3.0 braucht ihr glaube ich bei dieser Grafikkarte gar nicht, weil die noch mit diesen älteren Steckern ausgestattet wird. Ansonsten habt ihr halt ein zukunftssicheres Netzteil. Ansonsten hat es 7 Jahre Herstellergarantie, ist 80 Plus Gold zertifiziert und vollmodular. Ja, passt soweit. Kann man machen. Und das kostet 124,89 Euro bei Mindfactory. Der CPU-Kühler ist eine Corsair IQ H150i Elite LCD XT. Also erstmal eine 360er Wasserkühlung braucht ihr für diesen Prozessor definitiv nicht. Man kriegt sogar einen 7800 X3D mit einem AK620 zum Beispiel von Deepcool gekühlt und das ist ein Luftkühler. Natürlich machen die das wegen dem Design. Ihr habt dieses große Case, ihr habt dann alles von Corsair, den RAM, die Lüfter, die Wasserkühlung und so weiter. Sieht dann nice aus, lässt sich alles mit einer Software ansteuern. Dennoch macht es für mich keinen Sinn, 300 Euro für eine Wasserkühlung auszugeben, wenn ihr die gleiche Kühlleistung auch mit einer Endorphine Navis für 120 oder mit einer Deepcool LS 720 bekommt. Also ja, finde ich ein bisschen rausgeschmissenes Geld. Wer sich jetzt natürlich denkt, geile Lüfter, geiles Display und so weiter, bitte kauft es euch ruhig, überhaupt kein Problem. Es gibt viele Leute, die darauf stehen. Ich persönlich finde es halt rausgeschmissenes Geld. Und die kostet 300,98 Euro bei Amazon. Gehäuse-Lüfter haben wir noch viermal Corsair LL 120 RGB. Das heißt einmal dieser Hecklüfter hier hinten und die drei Stück an der Seite, weil die oberen sind ja von der Wasserkühlung. Das ist wieder so eine Designfrage, 86 Euro für drei Lüfter. Naja, müsst ihr selber wissen, packen wir so einen Barenkorb. Genauso wie den einzelnen Lüfter für 30 Euro. Dann haben wir auch noch eine Systembeleuchtung, und zwar Corsair RGB LED Lightning Note Pro, 4x30 cm RGB. Ja, das sind dann halt so ein paar RGB Streifen. Ich weiß nicht, wie sie das genau machen, ob sie das dann wie so einen Rahmen um das Glas legen, weil das ist dann manchmal ein bisschen too much, aber das muss auch jeder selber wissen. Packen wir auch so in den Barenkorb. Und zwar für 48,31 Euro. Das Gehäuse-Branding hat am Seitenfenster noch so ein Get-on-my-Level-Branding. Das wird sehr wahrscheinlich irgendwie reingelasert. Wer das unbedingt haben möchte, bitte. Und Garantie sind drei Jahre Garantie inklusive Pick-up und Return. Mivcom hat da echt einen guten Servicepunkt. Pick-up und Return über drei Jahre Garantie und so weiter. Ist echt eine gute Sache. Kostet bei den meisten Herstellern auch mehr. Also wenn ihr jetzt irgendwo ein System habt, was normalerweise nur zwei Jahre Garantie habt, dann bezahlt ihr meistens so um die 70 Euro, um auf drei Jahre zu verlängern. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Lüfter-Paket, diesen Lightning Note, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 2.235,19 Euro. Und das System kostet 2.699 Euro. Das bedeutet für euch, ihr bezahlt 450 Euro Aufpreis gegenüber Selbstzusammenbau. Dafür, dass ihr ein Get-on-my-Level-Logo in der Seitenscheibe habt und drei Jahre Garantie. Wem es das wert ist, bitte. Ich zeige euch trotzdem eine Alternative. Und zwar haben wir sonst ja meistens irgendwas von Kratos oder Dubaro oder Hardware-Rad. Letztes Mal war es, glaube ich, MyPC. Diesmal haben wir Optega. Da habe ich Optega mal angeschrieben und habe gesagt, jo, wir haben ja ordentlich Luft sozusagen in dem Preis von dem Fertigsystem gegenüber Geizhals. Was würdet ihr da anbieten als fertigen PC? Und dann haben die hier einen fertig gemacht, der optisch genauso aussehen wird wie der andere, bis auf die Grafikkarte, die ist in dem Fall von Inno 3D, weil bei dem Get-on-my-Level-PC ist ja eine Gigabyte-Karte drin. Und der kostet 2.679,90 Euro, also 20 Euro weniger als der andere PC bei Myvcom. Wir haben hier einen 7800X 3D. Aktuell der beste Gaming-Prozessor, den ihr euch so holen könnt, gegenüber dem 7700er sowieso, der jetzt bei Myvcom zur Verfügung steht. Dann haben wir eine Inno 3D GeForce RTX 4070 Ti X3, also eine TI-Grafikkarte und nicht die normale 4070. Das Mainboard ist ein Gigabyte B650 Euro Elita X, also genau das gleiche. Der RAM ist auch 32 Gigabyte, allerdings 6000er MTS-RAM mit CL30. Das werdet ihr vor allen Dingen merken in den 1% Low FPS bei den Spielen. Die SSD ist die gleiche, die Wasserkühlung ist die gleiche, das Gehäuse ist auch das gleiche, Netzteil auch. Wir bekommen hier Windows 11 Pro vorinstalliert inklusive Lizenzschlüssel, was bei Myvcom auch nicht mit dabei ist, weder vorinstalliert noch mit Key. Genauso haben wir die gleichen Lüfter und auch dieses Lightning Node Pro Set, also diese RGB-Streifen von Corsair. Das bedeutet für euch, ihr habt einen stärkeren Prozessor, einen stärkeren RAM, eine stärkere Grafikkarte, der Rest bleibt gleich, für 20 Euro weniger. Was jetzt hier natürlich fehlt, ist das extra Jahr an Garantie. Das muss man ganz klar sagen. Hier sind es zwei Jahre anstatt drei Jahre und das Get-on-my-Level-Logo in der Glasscheibe. Wenn ihr jetzt bereit seid, für das Logo und dieses eine Jahr Garantie einen deutlichen Aufpreis zu zahlen und auch ein schlechteres System zu haben, ja, das müsst ihr selber wissen. Und da ich ein kompletter Vollprofi bin, ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich euch dazu gar nicht den Preisvergleich gezeigt habe, deswegen machen wir das jetzt schnell noch. Und zwar haben wir hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, die Lüfter, dann dieses Lightning Node Pro Set, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 2.493,87 Euro und das Teil kostet 2.679,90 Euro. Also habt ihr einen Preisaufschlag von 180 Euro gegenüber Geisheitsliste. Fertig zusammengebaut, kommt so zu euch nach Hause. Und dann würde ich sagen, geht es jetzt weiter mit dem Video. Ich verlinke euch das in der Videobeschreibung, das ist auch keine Partnerschaft oder so, ich habe einfach nur gesagt, hier ist das System, was würdet ihr anbieten? War letztes Mal mit MyPC das Gleiche und mit Dubaro und so auch. Allerdings bietet Dubaro dieses Gehäuse meistens nicht an, dann fehlen wieder irgendwelche Lüfter, deswegen konnte ich da jetzt nichts zusammenstellen, habe ich also mal Optiker genommen. Also ihr müsst jetzt selber wissen, was es euch wert ist, rein von der Konfiguration her ist es okay, es geht aber besser, habt ihr ja gesehen und gerade auch für fast den gleichen Preis. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Läumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.